Hallo und herzlich willkommen bei Valuetek.de. Wir testen heute für euch das Nokia 8. Das ist das neue High-End-Gerät Fahnen HMD Global. Das ist ja der neue Hersteller von Nokia-Geräten, ebenfalls in Finnland beheimatet. Dieses Gerät läuft auf reinem Android 7.1.1 und kostet gerade mal 579 Euro. Kommen wir zum Lieferumfang. Da haben wir zunächst natürlich erstmal das Nokia 8 selber, was wir uns gleich noch etwas genauer ansehen werden. Dann haben wir natürlich hier eine Spange mit dabei, mit der wir den Slot öffnen können, wo wir Nano-SIM und Micro-SD-Karte einlegen. Außerdem haben wir hier einige kurze Anleitungen in verschiedenen Sprachen. Darunter ist natürlich auch Deutsch. Hier erste Schritte zu lesen. Dann haben wir noch Stereo-Headsets mit dabei, deren Klang mir eigentlich recht gut gefallen hat. Andere Hersteller sind da vielleicht noch etwas besser, wie zum Beispiel Apple und Sony. Aber naja, ich war eigentlich recht zufrieden. Dann haben wir hier noch dieses Daten- und Ladekabel. Wie wir sehen, haben wir hier einen USB-Typ-C-Anschluss. Dadurch haben wir auch eine Schnellladetechnik mit an Bord beim Nokia 8. Und natürlich noch den dazu passenden Adapter für die Steckdose. Die Außenmaße sind relativ groß für ein 5,3 Zoll Display. Wir haben hier in der Höhe 151,5 Millimeter. In der Breite sind es 73,7 Millimeter. Und die Bautiefe liegt bei 7,9 Millimeter. Gut gefallen hat mir die Verarbeitungsqualität. Das war da traditionell auch früher schon eine Nokia-Qualität. Wir haben hier ein Unibody-Aluminium-Gehäuse. Übrigens ist dieses Gehäuse aus einem Block gefräst. Und man hat die Möglichkeit, das Ganze in Silber oder Blau zu bestellen. Und hier entweder matt oder glänzend. Matt ist aber aus meiner Sicht vorzuziehen, weil dadurch weniger Fingerabdrücke auf dem Gehäuse zu sehen. Vorne sieht das Nokia 8 doch ein bisschen altbacken aus. Mit dem relativ großen Displayrand. Das ist aber natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass wir hier auf der Unterseite einen Fingerabdrucksensor platziert haben. Auf der anderen Seite ist das natürlich dann recht gut, weil wir ihn so im Blickfeld haben. Außerdem auch die Lautsprecher hier vorne, wodurch wir ein recht gutes Klangbild haben. Sehr gut gefallen hat mir das Display des Nokia 8. Wir haben hier insbesondere eine sehr hohe Leuchtstärke bei diesem IPS-Display mit 5,3 Zoll der Diagonalen. Auch die Auflösung ist sehr hoch mit 2500 mal 1440 Pixeln. Das entspricht einer sehr hohen Pixeldichte von 554 ppi. So macht natürlich insbesondere das Spielen mit dem Nokia 8 großen Spaß. Darüber hinaus sei dann noch zu erwähnen, dass wir hier natürlich zumindest einen der beiden Lautsprecher vorne platziert haben. Den anderen hier leichtseitig, dass wir beim Spielen da ein wenig drauf kommen. Das ist natürlich etwas schade, aber ansonsten kann man über das Klangbild wirklich nicht meckern. Wie wir hier sehen, läuft das Nokia 8 von Anfang an auf Android 7.1.1. Und darum hinaus noch zu erwähnen, natürlich auch in Reinform, wie wir das auch von anderen neuesten Nokia-Geräten kennen. Das heißt, wir haben hier ein ausführliches Dropdown-Menü, wie wir es auch von anderen Android-Smartphones kennen. Darüber hinaus werden die Apps auch hier natürlich in alphabetischer Reihenfolge dargestellt. Was mir auch recht gut gefallen hat, ist, dass wir hier Ordner kreieren können, wie wir das zum Beispiel hier mit dem Google-Ordner schon einmal gemacht haben. Und darüber hinaus hat eigentlich Nokia keine weiteren Apps auf dem Nokia 8 platziert. Der Vorurteil des reinen Android-Betriebssystems ist natürlich, dass wir hier relativ lange wohl Updates bekommen. Haben die Global garantiert zumindest zwei Jahre Updates. Von Core.com kommt auch der Snapdragon 835 mit seinen acht Kernen, sondern einer Taktung von 2,5 GHz und 4 GB RAM. Der hier das Nokia 8 wirklich sehr schön schnell macht und auch eine flüssige Bedienung von sämtlichen Apps erlaubt, wie zum Beispiel hier von der Kicker-App. Darüber hinaus haben wir hier natürlich auch sehr gute Benchmark-Testergebnisse. Als Beispiel sei genannt Antutu mit fast 164.000 Punkten. Damit liegt das Nokia 8 sogar vor dem Samsung Galaxy S8. Hier mit dieser Spange können wir ja den Slot entfernen, um Nano-SIM und Micro-SD-Karte einzulegen. Ich zeige mal kurz, wie das Ganze dann aussieht. Hier links halt die Nano-SIM und hier rechts die Micro-SD-Karte. Wir haben jetzt das Nokia 8 übrigens in der Single-SIM-Variante. Es gibt optional auch eine Dual-SIM-Variante. Dann ist dann hier rechts die Auskerbung ein wenig anders geformt. Es passen hier in diesen Platz Micro-SD, Micro-SD-HC, Micro-SD-XC-Karten hinein, laut HD im Global mit bis zu 256 GB. Der interne Speicher beim Nokia 8 ist allerdings auch schon groß genug und liegt bei immerhin 64 GB. Auf der Rückseite des Nokia 8 finden wir eine Dual-Kamera mit einem Objektiv von Carl Zeiss. Die Auflösung beträgt hier insgesamt 13 Megapixeln. Außerdem haben wir, wie wir hier sehen, auch ein LED-Blitzlicht mit an Bord. Dann haben wir auf der Vorderseite noch die Front-Kamera des Nokia 8. Diese löst mit immerhin bis zu 13 Megapixeln auf. Dadurch, dass wir eine Dual-Kamera beim Nokia 8 haben, haben wir auch die Möglichkeit, eine Bouquet-Funktion zu nutzen, wodurch wir halt den Hintergrund verschieden scharf stellen. Also ich kann das mal eben zeigen. Das ist mich die sogenannte Live-Bouquet-Funktion. Ich habe jetzt hier mal den Fokus vorne auf den Leuchtstift gelegt, kann hier aber die Blende dann halt auch verändern, wie wir das gerade gesehen haben manuell, und dadurch halt auch die Schärfe im Hintergrund verstellen. Hier am oberen Gehäuserand verbirgt sich die Antenne des Nokia 8. Hier am unteren Gehäuserand verbirgt sich das Mikrofon. Beides funktioniert wirklich gut. Wir haben also gute Sprachen-Empfangseigenschaften. Außerdem habe ich ja auch schon erzählt, dass wir hier eine Dual-SIM-Version für etwas mehr Geld auch ordern können. Das heißt, wir haben in dem Slot dann zwei Nano-SIM eingelegt. Neben dem Prozessor und dem Sound, dem Dolby Atmos Sound, den wir hier beim Nokia 8 haben, ist sicherlich die LTE-Fähigkeit eine große Stärke bei diesem Gerät. Wir haben theoretisch im Download bis zu 450 und im Upload bis zu 50 Megabit pro Sekunde. Außerdem auch traditionell bei Nokia-Geräten ja immer schon so gewesen, eine sehr gute WLAN-Verbindung hier beim Nokia 8. Ich lasse hier auch gerade nochmal einen Testlauf durchlaufen mit der Speedtest-App von Uklar im Vodafone-Netz hier in Düsseldorf. Ich habe allerdings auch schon einige andere Ergebnisse. Wie wir sehen, haben wir hier sogar fast 119 Megabit pro Sekunde im Download erreicht und im Upload waren es immerhin fast 29. Kommen wir zum Fazit. Beim Nokia 8 hat mir doch vieles gut gefallen. Vor allem der Preis ist ganz nett mit 579 Euro. Das ist zurzeit auch der Internetpreis. Damit liegt es ungefähr auf dem Niveau der Konkurrenz des Sony Xperia XZ1 und auch des Huawei P10. Außerdem haben wir bei diesem Gerät hier das neueste Android an Bord. Ein wirklich schnellen Prozessor, der jegliche Applikation relativ schnell öffnet. Darüber hinaus haben wir dann auch noch ein sehr helles Display mit einer hohen Auflösung von 554 ppi, was mir gut gefallen hat. Und natürlich auch die Verarbeitungsqualität, insbesondere hier der Rückseite mit diesem matten Silber hat mir wirklich gut gefallen. Das Nokia 8 hat allenfalls geringe Schwachpunkte, so zum Beispiel die Kamera, die bei Schwachlicht doch nicht ganz so hell erleuchtet, wie wir das halt von anderen Kameras in diesem High-Ed-Senkment gewohnt sind. Ein zweiter leichter Schwachpunkt ist natürlich der Akku mit seiner Kapazität von 3000 mAh. Das ist nicht gerade viel und auch die Standby-Laufzeit von 450 Stunden ist ausbaufähig. Das ist nicht gerade viel und auch die Standby-Laufzeit von 5000 mAh.